Sieben von dem Skull aus ich mag die abendliche Atmosphäre Nürnberg wo das ist cool Schiff der aufstehen okay von mir Hebel zack jetzt kann weiter fliegen in der Südstraße nun die ich nicht gesehen ich vorne Schottgang Griechert kann Schottgang heißt vorne rechts weil das der Typ war den Postkurschen die Schottkarte Echt jetzt? das ist ja richtig geil Schottgang oh ist das episch man oh scheiß mit jedem Let's Play machst du mein Leben schön müssen wir hier überhaupt lang Schottgang Mensch ich bin auch leicht zu beeindrucken wirklich schon ich bin auch so ein bisschen geflasht wie leicht das flaschen wird wo bin ich überhaupt Schottgang oh ich schwör das sag ich das ist viel besser als ich sitz vorne ohne Streit das ist enorm viel besser als ich sitz vorne ohne Streit ich bin voll schwul Nein Mann da haben dann sitzt du auch vorne da hast du gewonnen Alter ich wusste nicht dass das Dinger sind, der hat mich jetzt gekillt weißt du ok wenn du sagst ich sitz vorne ohne Streit dann darf der andere nicht sagen nee ich will aber dass du hier so kleinkriell kam das darf er nicht nein weil du ohne Streit vorne sitzt wie soll man dann drüber oh ok einfach einmal laufen oh Gott das ist und jetzt? ja natürlich wie lustig gewesen wenn es sich jetzt gekillt hätte ja das wäre wirklich ganz schön lustig aber alter dürfen die Ballons das Feuer berühren? keine Ahnung ich weiß nur dass wir jetzt hier auf was letztem Leben sind alter ich kann nicht mehr was Schottgang ey das ist richtig gut man ach fuck hör bloß auf mit sowas du bist du bist du abgehst denn möglich ist es unglaublich gut nicht ins ins Feuer bitte ja ich bin für mich mehr so oben durch ja warum gibt es so viel Gas du kannst hier mit 100 durch den Wald fahren mit 110 oder 120 nachtes Kreis das ja gerade dann warum gehen wir überhaupt höher ich glaube wir müssen weiter runter diese Wolken war ein bisschen nicht umsonst glaubst du? oh Gott das ist ja ja jetzt kommst du hoch hoch oder ist das müssen wir hier rein? das ist ein Hafen das ist ein Vulkan das ist ein Vulkan und da müssen wir bestimmt rein ab in den Vulkan ey da liest du ziemlich mutig von uns dann bremst du ein bisschen ab oder was? wozu? wer bremst verliert? wer bremst das feige? wer bremst? Peter bremst das länger schnell oh das ist ein... egal ja was ist hier los? ich bin tot da kommt Feuer ich weiß da kommt Feuer du hast es gerade abbekommen aber ich bin da irgendwie wieder oder so? nein mach ich gleich oder kann ich gar nicht woher soll ich denn hin? du kommst irgendwie nicht weiter ach da links kann ich bestimmt aufsprengen meinst du? da brauchst mir Anlauf du kannst aber auch verbrennen ja ich dachte das kann ich auch zum Buch wie bist du rüberkommt? du musst das Feuer um einmal so ja? nein musst du nicht das hätte sein können das wäre das wäre irgendwie auch ne clevere Sache oder? wobei man das eigentlich vermeiden sollte Feuer ist nicht gut oh du verbrenst schon wieder mal nein ich sag du verbrenst zwei Euro zwei Euro? nein jetzt kannst du dir einfach mehr anstrengend ja echt man würde mich als Todes konzentrieren Todes das ist unser nächstes gebracht Unwort des Jahres Alter was ist mit dir los? was ist mit dir los? oh mein Gott du Luke muss dieses Leben machen hier ich mach alles in diesem Let's Play stimmt überhaupt nicht du stirbst in diesem Let's Play und Offscreen kein Ahnung wir machen einfach hier go weiter rechts One I will not have it echt nicht I will not have it was was ich jetzt mache? sterben schneller sein als du hat funktioniert weiter 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 nicht aufhören auch heiß oh war das knapp jetzt bin ich dort bist du tot die Kamera ist zu langsam das ist alles ach ja ja oh das knapp kann man sie eigentlich bücken also kleiner machen? ne ne was zappelst du so hässlich? er hat Angst oh man oh man hey du musst dich jetzt Todeskonzentrieren ey ja ich bin dabei diese Stelle in die wir bräuchten Safe States Safe States und Gay findste? ja auch wenn man sowas wie Kaiser Mario spielt ja da vor allen Dingen Kaiser Mario du kennst Kaiser Mario oder? ich spiel dich dreimal am Tag wenn die langweilig ist du nicht wenn du noch kurz Zeit hast oh mein Gott was ist das? da ist eine Lücke drin oh mein Gott ne das sind zwei dass ich durchspringen oder was? oh mein Gott was denn sonst? auf dem nächsten kannst du safe wenn du dann richtig springen kannst oh Gott oh das knapp da ist ein safe da ist ein safe uuuuuh benutze den Schalter um mich näher an den Hörn zu bringen ich mach den Rest ok alter der sieht cool aus das sieht aus wie ein Endgegner ja dachte ich boah er hat mich übelst gefrackt warte mal jetzt darf man nicht hier sein oh Gott jetzt darf man nicht da sein jetzt spreche ich da rüber und ich hab's geschafft und ich bin runtergefallen du musst an den Himmel ziehen ja ich bin runtergefallen und irgendwie hört sich meine wo ist denn da die Safe-Pause? da aber da messert er dich doch während er die Kugeln schießt noch da messert er dich und jetzt schießt die Kugeln und da messert er dich sofort das geht doch gar nicht oder was und du bist halt was passiert noch nicht ich bleibe hier stehen der Messer sich gar nicht oder was? ja er messert er dich wohl nur auf dem Holzbrett fehlt's das denn? Hebel andere Richtung ziehen Brillo oh Gott warum stirbst du? ach so, so läuft das also hier messert er mich nicht ja wir müssen das immer so machen ja es ist eigentlich geht's wir waren einfach nur wieder unüberlegt und weg nach unten ach so nach unten hier, pass auf dies, erläuft und läuft echt das ist ein ziemlich cooler Boss das sieht unkulost er sieht richtig cool aus, man ey, er besteht aus Flammen, lass dich mal in Mann in Ruhe das ist ein Armand in Ruhe der bestimmt kein einfaches Leben gehabt ja, ja der sieht aus wie Obligorate an wer? ich weiß nicht, heißt das so, das ist diese äh, komplett schwarze, mit dicken Lippen roten Lippen so, weißt du, und dann schießt er immer so einen blauen Laser liebe Viewer, wenn ihr das kennt und wisst, wie das heißt, ich mein, das heißt Obligorate oder irgendwie sowas aber gut, ich werde jetzt auch mal wieder hier bisschen dran rumziehen das ist schade ja, das bin ich ja, das bin ich das ist zu leben das haben wir probieren, ja, ich hab mal probiert oh, jetzt hat er uns das hat sich nochmal gekillt, Alter ich hab' kleiner gesehen, ey, Alter, was ist hier los? das ist doch äh, wundervoll wir haben sein Messer bekommen das ist doch das ist doch das ist doch das wäre echt assig nein, nicht hab ich gewonnen ja, ich hab's gerade gesagt da verdient ist ein Bitch-Slapp Alter, du brauchst nicht den Mann ich lass dich nicht von der Bitch mit Katzenohren schlagen Katzenaugen, Löwenohren Löwe ist natürlich keine Katze lass mich in Ruhe ich laufe einfach dasselbe zurück geht gar nicht das geht gar nicht ja, allerdings wie ich dich nicht treffe komm her hier das war voll der Treffer würdest du bitte fortsetzen? mach ich ok so kann ich sein so, haben wir das jetzt fertig? oh, haben wir fertig wo sind wir jetzt? äh, die Tempel also das eben war Japan, ne? ja und, wo, was ist das da auf der Weltkarte jetzt? äh, Indien Indien oder was? ich glaub schon ist da übelst der Akku hält überraschend lange dafür, dass er schon seit einer halben Stunde blinkt ja, das finde ich gut aber das ist übelst und Durst gerade volles überwesende Blinkfeature, wenn er irgendwie drei Stunden noch hält das ist mit Reserve beim Auto das ist die Formel auch schon auf Reserve seit Tagen du bist mit Reserve zu mir hier jetzt ja das kann ich mal so gut wieso? kommst bestimmt nicht mehr nach Hause du, ich bin schon ganz anders hingekommen ja, aber irgendwann ist Reserve leer ja, meine nicht was ist er? er ist schwul hatte das gerade gesagt? ja, er hat gesagt, ich bin homosexuell, hi du wirst du gerne Kinder mit mir zeugen wieso komm ich da nicht rein? äh ich bin zu fett, gibst du? ich muss ja hier meinen Charakter, mein Charakter auch ein bisschen ausleben, was ist denn hier los? für Katzen hab ich Hallus? du musst ihn nach rechts schieben, oder? ah, Treppe, Treppe machen ah, zieh nicht an mir du ziehst an mir Alter, du hast an mir ich hab gar keine Zeit dafür ja ich hab das hier überhaupt nicht so je like Niedelstein ich hätte voll auf dich warten sollen irgendwie ja aber lass mich mal gechillt easy, jaffel run hier ja, die schönen, sind schön groß die Plattform wobei man hier übers Feuer rüber muss, dass du bestimmt nicht gesehen hast doch du hast dich aber verbrannt einmal das machen Männer so Männer nehmen möglichst viele Narben mit ohne zu sterben ja, das ist echt cool was ist das? ne Tänzerin oh mein Gott ist das widerlich geht voll ich hab viel ekligere Sachen in der Welt gesehen ja, The Feeder The Feeder? The Feeder ist sehr skurril ach so, ja, das ist komisch das ist unglaublich komisch ich hab da richtig Angst bei ich hab da richtig Angst bei ich mein, welche Menschen egal wir sagten, wir dürfen das Schicksal ja, ok wei doch auf nicht oh Gott ja ok du bist ein bisschen zu weit oh, übermotiviert das ist übelst das ist übelst einfach du musst nur einmal A drücken kurz und dann macht sich der Rest von allein oh nein lauf wolltest du da oben haben oh ja nein ich hol's das wird dein Tod sein oh ja ich hol's nicht nach dem Arm runter, bitch nach dem Arm runter, bitch Biatch ohne Schlange ey, das ist cool ich bin tot oh, das war gut oh, das war gut in letzter Sekunde oh, das war gut wie die abgeht da hinten ich stehe auf diesem Level wieso? ich finde so wie geil ich mag sowas das ist voll der Spießrotenlauf, oder? ist voll so Oldschool wie Oldschool das ist, das ist voll Jumpin' One Oldschool hier ja, das stimmt oh, ich wollte das Bonus haben holst du du bist tot nein ja, ha du bist letztes Leben was? nein, es war gelogen okay ich wollte dir nur einen kurzen hat's geweckt? ist das wahr? du musst da unten irgendwie rein ja, richtig oh, ich hab was einfach weitergerannt ich bleibe im Dunkeln stehen ich stehe immer im Dunkeln Alter, das wäre irgendwie cool, wenn du... nein ne, ist okay da bin ich mir das ist ein Versuch das kommt sich die Pfand nochmal schnell in den Haaren holen das ist hier los, oh Gott das ist hier los zum Quatschellen möchte ich nicht unbedingt den ist Feuer gebracht wow, ich bin runtergefallen, was war das denn? was mit Geschubst? hehehe ohne Schlange man, die Kreativität, ey, das ist heftig wie, wie, wie bauen die sowas? ganz viel Drogen helfen tot das macht nichts, ich warte auf dich argh ich muss euch irgendwo stehen kapiert das ist, als würde man schweben, ne? so am Rand der Kamera, oder so ich weiß nicht, wie es das war wieder so ne eklige Tänzerin kann man die töten? Wo sind diese grünen Knöpfe an denen? die muss man nicht töten, die sind ja nicht böse vielleicht sind die das doch so Plot-Twist-mäßig in Wirklichkeit sind die alle böse sie versöhnigen sie sie sind gleich übelst gegen uns ja, natürlich hä, wie soll das denn funktionieren? na, ok nach so nem Durchhalte-Ding sowas mag ich auch auf kleinster Fläche, so, weißt du das Level kommt auf dich zu nicht andersrum ja, war so positiv ja, das ist ja auch in Ordnung, ne? nimmt dir keine Übel, aber hier müssen wir mal hoch springen